hallo leute heute hier in leistungselektronik zum video uno und zwar überblick über die leistungselektronik was beschäftigen wir uns hier eigentlich in dieser ganzen playlist und zwar die leistungselektronik gibt es einmal hier ja wie könnte es sein wechselspannung gleichspannung gleichspannung wechselspannung so jetzt aufpassen mit gedenken wenn ich jetzt hier von wechselspannung auf gleichspannung möchte da war eine sogenannte gleichrichter wenn ich jetzt von gleichspannung auf gleichspannung möchte brauche ich einen gleichstromsteller wenn ich jetzt von gleichstrom oder gleichspannung auf wechselspannung will so photovoltaikmäßig hier solarzellig hier stromnetz brauche ich einen wechselrichter und wenn ich jetzt hier von ja von wechselstrom auf wechselstrom will brauche ich einen wechselstromsteller ja und dies und um diese ganzen themen beschäftigen wir uns hier in der leistungselektronik ja mehr ist es nicht leute mehr ist es wirklich nicht das ist die leistungselektronik diese vier bereiche gleichrichter gleichstromsteller wechselrichter wechselstromsteller ja leute dann würde ich sagen hier oben ist die playlist für leistungselektronik wenn ihr sagt okay ihr möchtet mehr haben von den inhalten hier in elektrotechnik da über mich könnt ihr mich abonnieren würde mich freuen unterstützt ja auch den kanal gleichzeitig und ja wünsche euch noch einen schönen tag euer alexander wie immer hier in elektrotechnik in fünf minuten und tschüss